Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden heute einen Tag lang nur Sachen aus dem Toaster essen. Ich nehme euch dabei mit und wir sagen, wir fangen einfach direkt mal mit dem Frühstück an. Was gibt's denn alles? Das ist eigentlich, was mir einfällt, ist Toast. Also ich war schon einkaufen, ich habe ein paar Sachen gefunden, auch ein paar Sachen, wo ich nicht dachte, dass es sowas für den Toaster gibt. Ich zeige euch mal direkt, was ich meine. Und zwar gibt es einfach Pancakes für den Toaster, also sie sind wirklich für den Toaster gemacht. Was? Ist das echt noch drauf? Toaster-Pancakes. Einfach zwei bis drei Minuten in den Toaster. Man kann die auf den Ofen oder in der Mikrowelle machen, aber es sind Toaster-Pancakes. Ich bin gespannt, also ich muss sagen, die sehen echt gut aus. Mal gucken, ob die auch schmecken. Ich dachte, das einzige, was man in den Toaster packt, ist Toast. Nö, die riechen auch echt ganz gut aus. Ja, richtig nach Pancakes irgendwie. Wir probieren aus. Okay, wir müssen jetzt einfach alle nacheinander reinpacken. Portion Nummer eins ist drin. Die ersten zwei sind fertig. Nächste Portion. Ich habe ein bisschen Angst, es hat gerade gequalmt. Ich habe mir jetzt ein paar Taucherbrillen mit Schnorchel bestellt. Wenn ihr das Video seht, sind wir nämlich schon in Quarzien. Ich freue mich und dann könnt ihr euch auch demnächst auf einen Urlaubs-Vlog freuen. Wie sieht man das? Der qualmt. Der verbrennt. Puh, das stinkt. Andererseits riecht es auch echt gut. Es riecht, als würde draußen jemand grillen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Puh, es hört mich oft zu quallen. Wir haben den jetzt versucht. Also das ist wirklich ein Stückchen, das die ganze Zeit verbrennt. Wir haben es versucht rauszuholen, aber irgendwie. Das klebt jetzt fest. Fängt gut an, das Video. Und die letzten zwei. Bitte nicht quallen, bitte nicht quallen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich mache bei mir so einen Agaven-Sirup drüber. Ja, irgendwie in so eine Filme. Ja, ne? Und ich schmecke es heute mit Karamell. Hört sich eigentlich auch geil an, oder? Ja, wir haben kein Nutella, müsst ihr wissen. Ganz klar hätte ich es aus dem Nutella genommen. Ja, stopp, reicht schon. Ich will nicht so viel. Ja, sieht schön aus. Oh ja, kommt doch schön. Überredet. Jetzt sieht der Nutella nicht so leer aus. Okay, jetzt noch ein paar Himmeeren zur Deko obendrauf. Es riecht gut, es sieht gut aus. Jetzt muss es nur noch gut schmecken. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Hau rein. Sehr gut. Ja, top. Die schmecken echt gut. Habe ich jetzt nicht erwartet, hätte ich gesagt. Warum haben wir das noch nie ausprobiert? Weil es ungesund ist, glaube ich. Ja, okay, stimmt. Die schmecken aber richtig gut. Note? Nur eins. Oha, so gut. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie so lecker sind. Okay, das ist krass. Geil. Denkst du auch, so drei Stück sind genug? Ich denke nicht, dass sie großartig satt machen. Hä? Du sagst jedes Mal, hä? Wie geil. Jedes Mal nach jedem Mal, wenn du was probiert hast. Es schmeckt lecker. Es ist besser als erwartet. Aber es schmeckt gut, ne? Ja. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Also Frühstück ist schon mal echt nice. Ich muss sagen, nach drei Pancakes bin ich satter als gedacht. Die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und ich dachte, die werden so ein bisschen trocken. Aber die waren überhaupt nicht trocken. Also man hätte die sogar ohne Soße essen können. Deswegen würde ich die empfehlen. Die sind echt geil. War echt ne 10 von 10, ne? War einfach geil. Jetzt bin ich gespannt aufs Mittagessen. Wir machen jetzt Mittagessen. Ich hab schon richtig Hunger. Und dafür brauchen wir Wraps. Es gab auch mal so einen TikTok-Trend. Da hat man hier so eine Seite eingeschnitten. Mit vier verschiedenen Sachen belegen. Dann so eingeklappt. Dann gibt's da so eine Tasche. Und ich glaub, die kann man ganz gut in den Poster packen. Ich hab den jetzt hier von der Mitte aus schon mal einmal durchgeschnitten. Und jetzt nehmen wir hier immer so eine vegane Tzatziki-Soße. Die machen wir hier auf ein Viertel. Man kann das eigentlich mit allem belegen, worauf man Lust hat. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Salat. Dann haben wir hier noch so ein bisschen geriebenen Cheddar-Käse. Den machen wir auf ein Viertel. Und ich mag in letzter Zeit total gerne Sriracha-Soße. Und deswegen kommt hier auch noch mal ein bisschen was drauf. Jetzt klappen wir das einmal hier so ein. Einmal so rum. Und zum Schluss so. Das gleiche ich hier auch noch mal. Max wollte noch so ein bisschen so eine Veggie-Wurst einklappen. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt in den Toaster passt. Vor allem, dass es ganz bleibt. Jetzt drück mal runter. Oh. Was für Hauptsache, es wird warm, ne? Und dass es da nicht stecken bleibt nachher. Ich hoffe, es fängt eigentlich nicht an zu crime wieder. Und fertig. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie rausbekommen. Heiß, heiß. Ja, das sieht gut aus. Aha. For Crunchy. Oh, der klemmt ein bisschen. Den hab ich ein bisschen reingetwetscht. Alter, die sehen aber gut aus. Die sehen richtig gut aus. Probieren wir mal. Okay, ich probier mal. Wo ist der Käse? Doch. Der ist richtig schön geschmolzen. Krass. Oh. Oha. Aber wir haben leider keine Avocados. Aber man kann den einfach richtig geil machen und dann so in den Toaster schieben. eine theoretische Eins. Also Umsetzung für mich eine Zwei minus. Ne plus. Ne, zwei plus. Nächstes Mal merken wir uns, wollen wir noch Avocados. Machen daraus Guacamole. Und einen anderen Käse. Ich mag diesen Cheddar-Käse nicht ganz so gerne. Da kann man auch noch brauchen Zwiebeln nachher. Zwiebeln, ja. Dafür brauchen wir natürlich Toastbrot. Die rollen wir jetzt aber so ein bisschen, dass die so ein bisschen dünner werden. Fühlt sich falsch an, aber egal. So, dann nehmen wir jetzt hier Frischkäse. Leute, ich hab diesen Frischkäse letztes Mal bei Rewe geholt. Der ist so, so lecker. Probiert den gerne aus. Aber eine Tomatenpaste dann. Ja, Tomatenpaste. Der schmeckt so gut. Die könnt ihr pur essen. Welchen Frischkäse nicht? Boah, dieser Frischkäse riecht so gut. Auf jeden Fall schmieren wir das Toast jetzt damit voll. Eine Scheibe Veggie-Wurst. Eine Scheibe Käse. Ich muss nur den Randchen ein bisschen abmachen. Das gleiche jetzt nochmal. So, jetzt legen wir den Toaster hin. Und was? Und schieben das Toaster so rein. Du wird der Käse nicht auslaufen. Das hab ich noch nie gesehen. Ey, Christian, ich weiß noch nicht, was du in den du hier kommst. Aber warte, bis Fros raus schießt, stelle ich den Teller doch mal besser hin. Oh, will ich klopfen? Weil das hat gerade wieder angefangen zu qualmen und das riecht ja nach verbrannt. Ich hab's jetzt raus geschießen gemacht. Ist noch nicht geschmolzen, der Käse. Noch mal versuchen, oder? Boah. Seht ihr diesen Qualm hier? Wir haben das gerade mal ausgemacht, weil das qualmt nur noch mehr. Aber es sieht doch eigentlich ganz okay aus. Macht's aber bitte nicht nach. Ich hab's ein bisschen cooler vorgestellt. Ich dachte, der Käse wäre noch ein bisschen mehr geschmolzen. Aber keinen Bock, dass es hier jetzt gleich anfängt zu brennen. Das stinkt. Wir probieren das aber mal. Oh, das stinkt. Das Toast stinkt jetzt noch verbrannt. Es schmeckt auch ein bisschen geräuchert. Aber der Frischkäse schmeckt gut. Aber der Frischkäse schmeckt gut. Ich dachte, das wäre cooler. Irgendwie. Note? Nur drei. Bäh. Das schmeckt ja mehr Geräusch als erwartet. Ich heb dir nur drei plus. Ich würde sagen, einen Snack machen wir noch. Ich habe nämlich extra Marshmallows gewollt und die gönnen wir jetzt über dem Toaster. Erst mal abspießen. Vielleicht gar nicht, wie lange ich das nicht mehr gemacht habe. Oh, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ich freue mich grad voll. Ich glaube, ich mache das nicht mal so richtig immer. Ich mache das früher auch nicht so lange. Aber das muss jetzt einmal sein. Das war aber auch immer cool. Irgendwie trotzdem. Obwohl ich es nicht mochte. Boah, Stockbrot war wild. Gut. Jetzt darfst du das warten, oder? Mhm. Wie lange dauert es das jetzt ungefähr? Ich könnte sagen, wir warten bis hier ein bisschen braun ist, oder? Ich habe ein bisschen cooler vorgestellt. Kein Bock mehr. Das ist geheimt. Das ist geheimt, Schatz. Guck mal, wie das geheimt. Siehst du das? Die Marshmallow werden gar nicht braun. Boah, Digga. Das stinkt hier wieder jetzt so, ne? Wie ist es warm. Oh, guck mal. Oha, oha. Ich habe mich grad echt erschrocken, ne? Oh nein, es wird zu einem. Muss reichen. Die fallen sonst gleich in den Toaster. Geht klar. Dafür, dass es ein Toaster ist. Oha. Schmeckt es denn? Oha, riecht lecker. Das schmeckt auch gut. Note, eine 2 minus. Nein, ich mag die nicht mehr. Aber ich mag die lieber so, als wenn die so überm Lagerfeuer verbrennen. Ja. Weißt du, wenn die immer anfangen zu brennen? Ja. Hier passiert das nicht. Ich bin gar nicht so mit Marshmallow-Fanfilmen drauf. Ich eigentlich auch nicht, aber die sind eigentlich echt gut. Hau rein. Max ist so nett und gilt mir jetzt noch einen zweiten. Macht Spaß. Ja, voll. Oh, der ist gut. Der sieht richtig gut aus. Okay, der Toaster ist jetzt schon vorgeheizt, ne? Kannst du den einfach abziehen. So braun gebrannt schmecken die aber nicht so. Ja, so karamellisierter Zucker. Stopp, ist kein karamellisierter Zucker. Chrissy hat hier irgendwelche zuckerfreien Marshmallows geholt. Aber ich würde sagen, hat dir das Video gefallen? In voll. Es ging eigentlich fit, ne? Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ist nur nice. Schreibt mir gerne die Kommentare, woraus wir noch einen Tag lang essen sollen. Backofen haben wir noch. Nö. Sandwich Maker. Waffeleisen. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.